Was ist dein Münster? Der Stadtheimatbund und das Benno-Haus suchen dich und deine Bilder von Münster. Egal ob Foto oder Video, deine Perspektive zählt. Was verbindet dich mit deiner Heimat? Dein Sportverein? Deine Umwelt? Dein soziales Engagement? Dein Zuhause? Oder deine Nachbarschaft? Schick uns Fotos oder Videos von deiner Heimat bis zum 31. Dezember und hab die Chance auf tolle Geldpreise. Mach mit! Teilnehmen können alle bis zum Alter von 21 Jahren. Alle weiteren Infos findest du auf meine-heimat.ms